Willkommen zurück, let's play Aladin mit dem bösen Chaos Joker. Kaum hat Abu das kleine Not berührt, fällt die Höhle in sich zusammen. Abu und Aladin müssen so schnell wie möglich verschwinden. Ne, von hier verschwinden. Yeah! Müssen sie. Jetzt kommt dieser Level. Und ich hasse diesen Level. Der ist scheiße. Da dürft ihr euch nämlich für die roten Diamanten unter anderem den Hals brechen. Im wahrsten Sinne des Boddes. Ja, alles mitzunehmen ist extrem schwierig. Und vor allen Dingen mit meinem Leben sieht wieder nicht gut aus. So. Fuck. Na, das ging ja gerade noch so. Na ja, was haben wir noch? Zwei, zwei übrig. Ist aber nicht so schlimm. Bei 17 weiteren Diamanten gibt es einen Herzcontainer. Das heißt zwei rote und wir sind sicher. Fast. Weil dann kriegen wir auch glücklicherweise unsere Energie aufgefüllt. Was ich ja mal extrem nice finde. So müsste ich aber erstmal durchkommen. Wow, wow, das war knapp. Naja, immerhin habe ich ein Herz wieder zurückbekommen. Ja, das geht ja. Da, 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 da. Hier ist der Scarabeus drin. Ja, komm schon. Jo, schön. Ich weiß, ich bin wieder so ruhig, aber ich muss mich gerade wieder übelst konzentrieren. Weil das gar nicht so einfach ist hier. Wow, das war knapp. Ah, fuck. Scheiße. Scheiße. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Aber egal, ein Herzcontainer mehr. Das ist schon mal gut. Kann ich was mit anfangen. Komm hierher, mein Freund. Ja, schön. Oh, das war knapp. Das war knapp. Egal. Rote Diamanten Rules, auf jeden Fall. Na, das ging ja gerade noch so. Und jo, Abschnitt geschafft. Schön, schön, schön. Flieg mal bitte ein bisschen schneller, danke. So, wollen wir mal sehen. Kriegen wir einen Genie oder kriegen wir ihn nicht? Das wäre natürlich cool, wenn wir den nochmal kriegen würden. Brauche ich mir nicht so viele Gedanken darum machen, die ganzen normalen Diamanten einzusammeln. Aber so wie ich das sehe, glaube ich nicht. Oder? Na, komm. Sau. Ass. Shit. Fuck. Ja, super. Das bringt's ja jetzt voll, ey. Nämlich gar nicht. Yo, jetzt kommt der Abschnitt. Nun, ich hasse diesen Abschnitt. Hatte ich das schon mal gesagt. Die Lava presst euch nach vorne und ihr müsst irgendwie sehen, dass ihr weder diese Gefällsformationen berührt, noch von einem dieser Steine gewischt werdet. Und das ist ganz schön abgefuckt. Wollte ich nur mal sagen. Jeder kennt diesen Abschnitt. Jeder hat ihn gehasst. Oder fast jeder. Wow. Das wird nochmal übel, Leute. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Oh, fuck. 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 Alle Mann cool bleiben. Oh, Leute. Ui. Schwein gehabt. Haben wir uns doch noch im ersten Anlauf geschafft. Gucken, wie viele haben wir gefunden. Leck mich am Arsch. Wir haben schon wieder alle gefunden. Yeah, nice. Nice, nice, nice. Jo. Und bevor wir weitermachen, mache ich eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.